Jetzt auch noch mal für YouTube Neues Feature Abwechseln sieht man mich und Zocko Zocko ist jetzt gerade oben rechts In ein paar Minuten wechselt dann das Bild Und das ist jetzt mal was ganz neues Damit ihr auch mal meine Frau seht Was für Unfug sie tragen Ich mach keinen Unfug Doch du machst Unfug Hat man doch gerade gesehen So, ich muss nämlich noch meine Waffen machen Und zwar Muss ich hier noch mein Schally draus setzen Ganz wichtig Auch wenn ich dadurch weniger Schaden mache Und auch gleichzeitig noch mal ein bisschen Elf werde Zack zack Jetzt ist die nämlich Arbuscher Sperrbauch Ähm Hast du mit der anderen Auffassung gemacht? Ne das ist nicht die Waffe die ich hauptsächlich benutze Deswegen Und hier hab ich das Schally schon drauf So So Jetzt Genau diese EP Zeig dir nochmal Hier rein Da drauf Oh Hammer Und Fianna was hast du jetzt geplant Für dieses lange Wochenende Ähm Jetzt kann ich aufbrechen Bei U-Zeit wurde Otti eingestellt Durchs Durchs Geduldige Aufbrechen Wir wollen nämlich Heute Ähm Beigehen Unsere Tech aufrüsten Da fehlen nämlich noch ein paar Sachen So Erstmal hier noch Die Paa Die Paa ist gut Abgegenzeit Bei der Nachtsicht ey Rieschen R pos Ich muss ja das mit ein paar Geseln noch aktivieren. Relaxen, puzzeln, einen Film schauen und in erster Linie ausschlafen. Einen Film gucken, was für ein Film denn? Niki und die gelbe Unterhose. Oh, das ist kein guter Schinken. Geiler Horrorschinken. So. Und zwar, müssen wir noch mal kurz reingucken. Dann in Quizze. Tochte das hier auf? Nein, hier tochte das nicht auf. Ähm, dann steht das hier drin. Öffene Aufsätze. Und zwar wollte ich nämlich erstmal die Munition haben. Ja, das erweiterte Magazin. Das erweiterte Magazin finden wir in Silent Mountain. Silent Mountain. Die nehme ich gleich nebenan. Da müssen wir erstmal rüberfliegen, damit wir das sehen, glaube ich. Bin mir dann nicht mehr ganz sicher. Aber, jetzt einfach mal da ein Pünktchen hin. Damit wir da mal hinflattern können. Und dann werden wir mal dorthin. Vermutlich den fünften Fast and Furious. Den zweiten habe ich geliebt. Ja. Also richtig geil. Den habe ich extrem häufig gesuchtet. Und, ähm, den dritten Teil, Tokyo Drift, habe ich mir so zweimal angeguckt. Zwei oder dreimal. Ja, und die anderen habe ich mir einmal angeguckt. Äh, der letzte Teil, den ich mir angeguckt habe, war, wo sie mit dem fetten Tresor hinter sich herziehen und in der City lang fahren. Naja, wo sie schon ziemlich unrealistisch werden. Und danach habe ich irgendwie nicht mehr geguckt. Ähm, hast du auch nicht wirklich was verpasst, wenn ich mir dann überlege, dass sie da mit einem Lamborghini über eine Eisfläche fahren und sich dann wundern, warum der rutscht? Hm. Äh. Na dann. Oh die Hü. Ach, du Felsen. Welcher Felsen? Na, der recht. Genau der. Guck mal, abspringen kann man jetzt auch wieder. Hm. Ja. Ja, ich habe auch mal glaub ich geklärt. Solltest du jetzt mal achten, jetzt hast du noch die Möglichkeit. Ne doch, ich habe ihn schon. Also die ersten beiden Teile, definitiv Teil 3 auch. Ja. Nur beim letzten, wo sie dann von einem Hochhaus zum anderen springen, mit dem ein Ding da, mit dem ein. Und was ist es? Was hat Ruki oder so? Keine Ahnung. Den letzten Teil habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich habe dann, äh, gebreitelt auf die Produzenten überhaupt was von Physikmaschinen. Also Dichy versteht zum Beispiel Kiefer und Physik. Wenn er auf Toilette geht und scheißen, fällt die Scheiße runter. Ja, so wie sich das gehört. Er praktiziert halt immer gerne Schwerkraft. Ja, da muss ich mal schnell die Priwax der wenigen sammeln. Da ist der Hase. Geh. Geh da. Mach das aus wie harte. Ja klar, ganz wichtig. Denkstopp. Dichy hat Ahnung. Bin ich voll Fochmann. Voll der geile Spieler. Ah, das werden wir am Sonntag haben. Ja. Über so eine Aktion kriegt er nie nochmal gerissen. Hier werden wir auch wieder häufig spawnen. Das ist hier diese Ecke. Okay. Mhm. Ja. Ja. Sind wir hier im Territorium? Ich weiß. Ja, wir müssen ja den Hinweis erstmal hin. Ja, ja. Ich glaube, wir werden mal hier hingehen. hoffen, dass wir da Info bekommen. Aber sowas von Niki in deinen Träumen. Nein, ich habe das Gefühl, dass ich kaum Sound habe. Ja, mir geht es auch nicht anders. Weil ich höre. Hinweise suchen. Hinweise suchen. Hinweise suchen. Hinweise suchen. Hinweise suchen. Hinweise, 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 Hinweise. hier als auf sein. Das ist auch eine Kiste. Also wir müssen noch einen Hinweis suchen. Oh, haben wir noch nicht Charme. Das ist hier die Frage. Gucken wir mal oben in dem Haus gucken. Ich guck mal kurz. Auf die Map. Ja, könnten wir machen. Könnten wir machen. Aurora Intranet Kontrollraum. Ach Schatz, du hast diese roten Leuchtedinge an. Aber ich bei mir auch. Du weißt, ne? Du wirst überwacht. Und? Kann ich sie wieder ausmachen? Ich hab gedacht, wir spielen schon auf Hertha. Das ist in der Sache, Schatz. Ich bin schon. Äh, warte mal. Nicht bei mir kurz gucken. Mmm. Ja. Das ist mein Sein Schatz. Irgendwohm Auto gelaufen. Boah, Alter, hier liegt es ja immer schwerfällig, du. Äh, ich nie? Nee, generell. Aber ich weiß nicht, ob hier Infos sind. Wollen wir gleich merken, wenn wir oben sind und ich bin. Äh, ich wollte, ich wollte stylisch da rüberkommen, aber irgendwie hat das nicht so, äh, wirklich funktioniert. Hä? Gesehen? Wer gesehen? Wo gesehen? Du gesehen? Ach, diese scheiß Kameradee. Oh, sieht das geil aus. Bestärkung angefordert? Ich stehe hier nur. Hat nur meine Drohne rausgeholt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, hier fliegen Drohnen rum, deswegen. Bestärkung rückt an. Äh. Nein, nur von unten gekommen. Überraschungsgeschenk. Was, die Nase ins Gesicht? Eingetroffen! Eingetroffen! Ja, ich auch. Ja, da ist nix. Wollt ihr zwar so ein bisschen sneaky rein, aber naja. Ja, wollte ich eigentlich auch. Ich hab ihn in den Arsch geschossen. Ich hab ihn in den Arsch geschossen. Oh. Wir werden hier echt belagert. S.O.S. S.O.S. Wir brauchen die geilen Spieler hier. Pfff. Das geht noch mal. Oh, 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 oh. Siehst du bei dir Schatz? Ah, nix. Ja. Hey, wer schießt denn hier auf mich? Ja, was auf dich. Ja? Muss auch irgendwo einer sein. Au! Da hinten hat schon wieder Puff gebuckt? Ja. Ui, ui, ui! Oh! Scheiße! Ich denk. Weg! Alles gut? Ja. Wo kommt der denn her? Geh raus. Klettere da drüber, wenn ich das will. Sniper! Ja. Komm, trau dich hoch, Arschloch. Dixer. Wird ja auch noch ein Sniper. Ja. Wird ja auch noch ein Sniper. Ja. Prost. Prost. Puh! Hier ist die Pist. Haben wir hier auch Innenfuß? Aufsatz. Aufsatz? Ja. Was man hier nicht markern kann. Dass man hier nicht markern kann. Jöla. Da. Bleibst du? Bleibst du? Ja. 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 Da. Das Zweibein. Muss ich jetzt noch aussuchen. Ja. Das Zweibein hatten wir letztes Mal schon. Ja. Ja. Was machen sie da? Die Zweibein. Ja. Wo war das jetzt hier drinnen? Für sie müssen wir uns auch noch aussuchen. Zweibein. Das Seal Island? Das Zweibein? Oh mein Gott, oh mein Gott! Das ist glaube ich erst mal das Scope so. Ja, das... 5... Das Blöde T5. Das T5X Haben wir doch schon drauf. Oh, das ist schon angemorten. So. Kann ich jetzt irgendwie durcheinander gehen? Die hab ich drauf, ja. Ja, das ist schon das. Optimalste dafür. Das ist Sea Island. Mal gucken, wo Sea Island ist. Das war ja glaube ich unten irgendwo. Genau. Daideideidei. Grüße dich Helly. Wie geht es dir? Hi Helly. Krass. So. Wollen wir mal den Helly kapern. Und dann noch. Zumba, ne? Oh, der Idiot. Hat sich da nebenhin gesetzt. Ähm. Einfach mit Profis. Aber mit Profi Charakterspiel. Ja. Man hat jetzt hier auch keine Zielhöfe. Oh na super. Hast du einen unruhigen Absolut? Ja. Klein wenig. Kann das Ding nicht schneller fliegen? Nee, ist noch nicht kleiner. Ja. Bist du? War was. Nur nicht nur Geld. Nee. Wie ließe Wortfahrt. Ist einfach sprachlos. Oder heißt nicht alles hinzugekommen? Ja. Du musst jetzt eher mit der Nase schreiben. Hm. Deswegen kann das noch. Ja. 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 Ja, ja. Ich kann nicht so drauf dachte, weil ich das schon gerechselte. mein rechner nervt mal wieder mit einem update wieso das denn ich weiß nicht warum er immer so viele probleme hat mit meinem pc ich habe es nicht mehr scherz wir müssen glaube ich gleich abspringen du weißt ich krieg das mit dem fall schon nie hin also bei mir piepst es nicht mehr bei mir auch nicht dumme rakete sehr dumme rakete nein ich will keine schnellreise machen ich will da hin weißt du was schatz wir müssen einfach abspringen dann möchte ich sterbe ja nein keine ahnung ich suche jetzt mal da ist noch ein ein piwak ich weiß ja das ist nicht so ich habe das in der zeit noch nicht einmal vernünftig hingekriegt weg war ich gerettet 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 Vielen Dank.